. . . . . . . . . Ich hätte gerne, pro Beleidigung von dir, hätte ich gerne 5 Euro von dir. Ich beleidige dich nicht. Das wird eine ganz schön teure Nummer. Steh mal auf. Steh mal auf, wie du dich an so einem richtig normalen Drehtakt zeigst. Steh mal richtig auf. Präsentier mal. Ist doch nicht dein Ernst. Warum? Das ist ja ein ganz normales Outfit. So, ist jetzt auch egal. Was wir heute eigentlich machen wollen, ist ein Logbuch. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Logbuch. Logbuch-Teil. Das haben sich alle Leute gewünscht. Das war der meistbewerteste Kommentar beim letzten Logbuch. Und wir haben versprochen, das zu machen. Und das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr. Das ist Waldo, unsere Aufnahmeleitung. Geht. Also, wir haben heute verschiedene Themen. Das Logbuch für alle Menschen, die in diesem einen Jahr zu diesem Kanal dazugestoßen sind, kennt es vielleicht nicht. Das ist eigentlich unser aktueller Kanal direkt ins Herz des Kliemannslandes. Nein, ja. Um ehrlich zu sein, mit dem Weggang von Ihren hatten wir keinen Verrückten im Saran mehr, der hier die Rennzeit mit einem Kammquader rumgelaufen ist. Und deswegen haben wir nicht mehr so viel Off-Material gesammelt. Letztlich bin ich immer noch der Meinung, dass es eins der besten Formate ist, weil wir damit erklären, wie der Hof so tagtäglich aussieht, wenn kein richtiger Dreh ansteht. Im Kliemannsland sind wieder sehr, sehr viele Sachen passiert. Und da wollen wir euch jetzt mal ein bisschen zeigen, was. Angefangen mit unserem großen Aduka-Festival. Das Aduka-Festival kann doch nicht ganz nach vorne. Das ist doch ein Highlight. Warum nicht direkt mit den Highlights starten? Warum nicht? Du, das ist ein Kanal, der lebt von Highlights. So, und wie sollen wir umsortieren? We're all the dope is Motha F*** Motha F*** Ich ram die Messerklinge in die Journalistens Fesse Pullen hören mein Handy ab Vielleicht ganz kurz mehr oder weniger vorweg, Aluka war ein Festival, das wir organisiert haben, was tatsächlich in 55 Sekunden ausverkauft war, es war richtig wild. Es ging darum, regellos auf elektronische Art und Weise zu feiern. Alle Leute hatten sich ein bisschen lieb, haben hinten kampiert für drei Tage. Genau, es gab zwei verschiedene Bühnen, drin und draußen und da war halt einfach ein Mörderabriss. Es ist nicht so ein Wubiza oder so, wo alle irgendwie so durchgejagt werden, sondern man trifft so ein paar Leute immer mal wieder, trinkt hier und da mal ein Bier. Genau, viel zu früh. Es ist halt ein Festival, ne? Genau, es ist ein Festival und das war voll geil. Vor allen Dingen war es halt geil, weil das so ruhig ablief. Hey, ich spiele den selben Song nochmal! Was? Den selben Song? Ich spiele doch nochmal! Die Band, die sich jeden Monat einen neuen Namen gibt, haben auf dem ganzen Hof überall... Die waren ja ganz normal als Besucher da. Die waren da und haben das einfach gemacht und die wurden dann von uns mehr und mehr vereinnahmt. Jetzt beim letzten Schnapp-Trö-Machter waren die auch da, oder? Im Laufe des Festivals wurden die vereinnahmt und seitdem müssen die jedes Mal, wenn hier was ist, wiederkommen. Die Zukunftsvision fürs Klimasland sieht eigentlich so aus, dass diese ganze Infrastruktur, die wir erschaffen haben, für euch natürlich zur Verfügung stehen soll. So, und das geht nur mit ein bisschen Struktur. Bedeutet, wir haben so verschiedene Sektoren eingerichtet. Wenn du einen nicht kommerziellen Kurs geben möchtest, um anderen Leuten irgendwas beizubringen, dann ist der Mietpreis im Sonsten. So, über viel mehr dürfen wir hier nicht sprechen. Die Idee ist, das Klimasland tatsächlich einfach allen zur Verfügung zu stellen und nicht so ein loses Versprechen in den Wind, sondern das, was es hier gibt, soll benutzt werden. Und das geht nur, wenn sich Menschen um einzelne Räume kümmern und die dann bespielen. Und die Grundidee ist ja, dass man hier was lernen kann und dass man sich gegenseitig was beibringt. Bedeutet in dem Fall, wie zum Beispiel im Handlettering-Kurs kommt jemand, die kann halt geilen Handlettering, also malen mit den Händen oder eher Schrift. Schreiben. Ja, schreiben mit den Händen. Schön schreiben einfach. Ja. So, ein Handlettering ist in diesem Fall, ein Profi kommt, lädt sich ein paar Leute dazu ein und malt Buchstaben. So, und dann bringt das, bringt, bringt sie, hat sie das vielen anderen Leuten beigebracht. Und das fand ich zum Beispiel wunderschön, wie in dem Fall dann das Café da aussah. Und da haben die sich alle getroffen und haben dann ein bisschen gemalt und die nächste Situation. Du hast jetzt die Aufgabe von Handlettering auf Rüte dazu, schließt mit einem Satz der Übergabe. Von Freaks zu Freaks. Man kann sich in beiden Fällen künstlerisch in seinem Element ausleben. Dann waren wieder Rüte-Tas. Rüte-Tas, 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 Tüftel-Tage. Wieder organisiert zusammen mit dem Flensburger Chaos Computer Club, äh, Flensburg, Chaos Flensburg. Daniel, Ficke, Floh und Zwei-Ti, Jimmy. Also Klimastand und Chaos Flensburg veranstalten einmal im Jahr zusammen die Rüte-Tas, 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 Tüftel-Tage. Dieses Jahr war auch wieder geil. Über 100 Leute haben wir im Saal zusammen rumgehangen und coole Sachen gebastelt. Es wurde viel gelötet, es wurde ein bisschen was programmiert, es wurde sich gegenseitig geholfen, Arduino ist bespielt. Ich bin ja immer nur da wegen den Spielen. Ja, ne, wie A. Hier, Vor-A-Brille und was war noch? Naja, hauptsächlich das. Ah, und Hoppehuhn natürlich. Und was? Hoppehuhn. Ah, Hoppehuhn spielen. Guck mal, wird geschweißt. Ja. In jedem Programmierprojekt stecken Blut, Schweiß und Tränen. Apropos Blut. Blutspenden ist wichtig, wo auch immer ihr das macht. Es geht darum, dass Blut auf dem Markt ist. So sehe ich das persönlich, ne? Wir machen das jetzt regelmäßig, würde ich vorschlagen, weil das war total gut. Es sind voll viele Leute da, es gibt leckeres Essen, Zoga hat ein bisschen gekocht und ein paar Snacks gemacht mit Brötchen und so Kram. Und dann kannst du da schön hin, das geht alles ganz schnell. Ich konnte dieses Jahr leider nicht, weil ich glaube, ich war froh. Wir waren in Äthiopien davor, ich konnte mich auch nicht. Heute ist großer Blutspendetag im Klimasai. Diese Damen und Herren zapfen euch gerne an. Moin! 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 Keine Wartezeit, viel Platz, ein gemütlicher Saal. Ihr könnt einfach vorbeikommen, bringen auch ein Perso mit. Und das geht ganz schnell und ist echt geil. Denn? Zodinski machte esche! Denn Zodinski machte esche! Hast du Gulaschkanone? Na klar! Also es gab einen Drehtag, da war ich nicht da. Ich hätte nur nachher das Ergebnis gesehen. Die wollten diesen Wibbelwobbel da runterschleifen, damit der richtig funktioniert. Erstens haben sie das nicht richtig runtergeschliffen, das habe ich auf dem Video schon gesehen. Und als ich dann das Video bekommen habe zur Abnahme, habe ich gesehen, dass Brian, wenn Chefin nicht da ist, ne? Dann macht er hier richtig Aufstand und Alarm. Du hast gleich einen weißen Helm aufgesetzt. Das hatte für den ersten Move, Innenfutter raus, Helm auf, dass er wieder aussieht wie so ein Lego-Männchen. Und dann, als allernächstes, hat er da eine Sprache rausgerotzt. Und ich dachte so, lass das mal deine Mutter hören. Hör mal rein, guck mal. Boah, das ist echt scheiße, da hat jemand Scheiße reingeworfen. Krieg ich schon wieder so eine Scheißbrille. So, und hier haben wir die Scheiße, über die wir sprachen. Du bist ein Scheiße aus dem gelben Helm. Du hast einen weißen Helm ohne Innenfutter. Das Gestänge war scheiße. Halt mal unten auf den Boden, Arschloch! Halte, halt die Fresse. Ich hoffe, du brichst dir jetzt was. Scheiße, scheiße, Arschloch! Richtige Proleten könnt ihr eigentlich auch ohne Fäkalsprache... Guck mal, ich meine, man muss ja dann... Dafür ist Logbuch auch super, dass man mal auf solche Missstände hinweist. Es hat halt eine wichtige Zutat zum angenehmen Kliemannsland-Video gefehlt. Ich. Ne, ich. Guck mal, aber Brian hat danach seine Mutter angerufen. Räumig. Ja, ja. Hallo? Hallo. Bist du das mit der 042 irgendwas, Brian? Was? Ich hab ihr nur Hallo gesagt und dann hab ich nichts gehört und hab ich aufgelegt. Weil wir haben in der letzten Zeit hier vom Ausland anrufen und dann sagen zum nächsten Wegen auch. Das weiß ich nicht. Das sind irgendwelche Arschlöcher. Ja. Apropos Arschlocher, was ich dich eigentlich auch fragen wollte. Findest du, dass ich in den Videos zu viel Fluche? Ähm... Nee. Brian's Mama ist wirklich die Allerliebste, muss man dabei sagen. Phil Siemers ist ein aufstrebender neuer Musiker und die fanden das Kliemannsland cool als Location. Also auch das ist natürlich eine coole Sache, die man hier gut machen kann. Und mit dem haben wir ein Musikvideo produziert. Nicht nur eins, sondern mehrere Akustik-Sessions aufgenommen. Und am Ende des Tages gab es noch so ein Live-Konzert mit Polmann und der hier eingeblendeten Künstlerin. Es war ein toller Tag und hat viel Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben auch eine Sache, die beim Kliemannsland demnächst erscheinen wird, nennt sich Sounds Off. Das ist ein neues Format, was wir gerade entwickeln. Es geht darum, dass wir uns einen Künstler dazu holen. In der ersten Staffel sind ein paar richtig heiße. Das ist auch eine Sache, die jetzt über unsere Produktionsfirma kommt und zusätzlich zum Kliemannsland entsteht. Und das freut mich sehr. Für die Produktion, damit das alles ein bisschen vernünftig aussieht, haben wir unser komplettes Studio neu gemacht. Technik kommt genau rein wie vorher, aber man konnte die Wände nicht sauber anstrahlen. Der Boden wurde mal einmal gelackt, das haben wir damals nie gemacht. Deswegen war immer ein bisschen Staubpartikel der Luft, das war scheiße. Die Wände mussten einmal grau gestrichen werden, damit man die vernünftig beleuchten kann. Und bei der Gelegenheit einmal alles sauber raus oder einmal alles raus und dann einmal sauber richtig verkabelt wieder rein. Weil jeder, der ein Studio hat, weiß, wie das ist, wenn man da immer so dran rumbaut bei mehreren. Das ist jetzt auf jeden Fall ganz schön fertig und auch da für euch die gleiche Einladung wie vorher mit den Kursen. Wenn ihr Bock habt, das zu benutzen, schreibt einfach an irgendeine Adresse, wir leiten das dann weiter. In dem Fall wahrscheinlich musik-at-klemansland.de. Wenn ihr dieses Studio wollt und irgendwas aufnehmen möchtet oder einfach nur für eine Writing-Session vorbeikommen, da rein, Technik nutzen, all sowas geht alles. Musik-at-klemansland.de 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 Ja, vor allen Dingen Malte, ne? Malte, Joel war da noch da und Jonas, die haben da richtig geackert. Und halt wirklich flotty. Malte rettet uns irgendwie seit einem halben Jahr ständig den Arsch. Das Geile über Malte, mit dem muss man eigentlich auch noch mal eine Folge machen, ist, dass der hier so ein halbes Jahr rumgelaufen ist und halt irgendwie immer so da war und sich ein bisschen um die Mucke gekümmert hat. Und irgendwann am Lagerfeuer war so, was hast du echt vorher gemacht? Also ja, ich war jetzt so ein paar Jahre unterwegs. Jetzt letztes Jahr war ich mit Justin Timberlake, davor mit Rihanna auf Tour und so. Ich so, äh, was? Das ist ein krasser Typ. Und der ist auf jeden Fall auch für euch zuständig, wenn ihr herkommt und ins Studio geht. Der hat hier sich das alles ausgedacht. Dem gehört zum Beispiel auch die ganze Hardware an der Ecke, von der ich keine Ahnung hab. Aber dann lass uns doch. Was ist mit dir denn los? Ah, die... Die sind... So, der schneidet aus. Tag, was ist denn los? Das ist geil! Volles Upgrade, ey! Ja! Schnabu Trömmata 2019, unser großes Food-Festival und... Trödelmarkt! Trödelmarkt! Wieder über 100 Helfer, was mich jedes Jahr wieder extrem glücklich macht. Das war richtig krass, wieder eine geile, geile Truppe. Und dieses Mal mit der großen Herausforderung Regen. Wir hatten bisher bei unseren Veranstaltungen nie schlechtes Wetter. Immer, immer, immer Sonne und diesmal nicht ein bisschen Regen. Nicht ein kleines bisschen, ein großes bisschen. Am Anfang war noch alles okay, Samstag war ein okayer Tag. Waren schon ein paar Leute da, war voll entspannt. Wir haben den Hof viel größer gemacht als die letzten Jahre. Also für alle Leute, die jetzt zugucken und schon mal da waren und von der Anzahl der Menschen überwältigt waren. Es hat sich alles ein bisschen geändert. Wir haben jetzt den ganzen Acker mit dazu genommen, was einfach dazu führt, dass sich das viel besser verläuft und dass es keine Schlangen mehr gibt, kein Chaos, kein... Es ist ein bisschen weniger alles, alles so ein bisschen auseinandergezogen. Genau. Und wir sind natürlich viel, viel besser vorbereitet. Hallo! Hallo, Jungs! Schönen Tag wünsche ich und jetzt kommt ihr rein! Wuhu, 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 wuhu! Herzlich willkommen im Kliemannstag! Wunderbar! Du bist leid! Ja, wunderbares, schönes Läckchen! Du bist leid! Wir haben ihn bei uns! Los tun! Takus! Takus! Du kannst das genau richtig kommen. Wir hatten 20 Foodstände und so 60 Trödelhändler auf dem Hof. Wir hatten über das Wochenende verteilt so 8000 Besucher, was eine solide Zahl ist. Es gab wieder unsere geile Karte, wo die Leute eintragen konnten, von wo sie kommen. Dann laufen die ganzen Fäden zusammen. Es gab natürlich auch Live-Mucke. Frau Winzig war da und hier voll viele aus unserem Team haben gespielt. Auch Chris hat eine Mucke gemacht. Es gab coole Shows von Kinderzirkus. Das finde ich gemein. Aber ich finde dieses Röhrenrad auch echt irgendwie langweilig. Ich finde fast alles gut, was Leute können. Ich sage immer, people are awesome. Also ich habe für alles Respekt. Manche Sachen sehen einfach ein bisschen leichter aus als andere. Und da denkt man, also immer wenn ich das Gefühl habe, das könnte ich auch. Aber das glaube ich bei allen. Alter, dieses komische Röhren. Ich habe vor diesem Teil so Schiss. Ich habe nämlich immer, wenn ich daran denke, denke ich so, ich halte mich daran fest, roll mit meinem eigenen Körpergewicht über die Finger und verliere alle Fick. Wie geht das denn? Wie hält man sich denn daran fest? Ich glaube, du musst dich halt so gegen. Und das findest du jetzt lahm? Du kannst das nicht mal beantworten, wie es überhaupt funktioniert. Ja, ich finde es halt irgendwie... Larm. Entschuldigung. Ich finde es respektlos in erster Linie. Ich finde es voll faszinierend, was die Leute alle können. So lahm ist es. Und gerade dieses Rad da. Ja, weil du die Finger treten könntest. Die halten sie ja nur so fest. Und die stützen sich. Vielleicht weiß ich dann, was du zu Weihnachten bekommst. Takt zwei. Sieht geil aus. Still gute Laune. Es gab auch sogar Feuershow während des Regens. Shit, Wetter. Da müssen alle abgeschreppt werden hier. Das war nicht das Allergeilste. Sonntagnachmittag war ich zwei Stunden auf dem Parkplatz. Und das hat so Bock gemacht. Leute rausziehen, ne? Das ist mein Highlight. So mit meinem Badelatsch noch rumgerannt. Und hab Leute aus dem Dreck gezogen, geschoben. Geil, ne? Das war witzig. Gute Einfahrt. Da sind noch Leute hier baden gegangen. Was ich auch geil finde. Das Team. Alle mit Schulen in den Tagen. Boah ey, es war so kalt. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, der Einblick hat euch ein bisschen gefallen. Das ist ja auch ein bisschen der Ausblick in die Zukunft. Wir haben jetzt wieder diesen Camcorder. Alle sind angehalten, den einfach mal zu benutzen. Da steht jetzt überall, da liegt jetzt irgendwie die Kamera rum. Wenn man dann, wenn alle Leute danach mal kurz greifen, würde ich das voll gerne wieder öfter machen. Also, würde mich freuen, wenn ihr Bock auf die Sachen habt. Also, wenn ihr Lust auf, wie ist das hier? Kliemannsland? Logbuch. Wenn ihr Bock auf Logbuch habt und spannende Inhalte, die hinter der Kamera passiert, dann... Kommentiert mit der 3 und ruft die 0800 Backpapier an und hinterlasst Brian eine schöne Nachricht. Was ihr Waldo zum Geburtstag wünscht. Sieht es mehr nach Schlafanzug aus, wie es aussehen sollte. Eigentlich wollte ich keinen Pulli anziehen heute. Das war eigentlich mein Outfit und dann habe ich einen Pulli angezogen, weil ich hier Sicherung reindrücken musste. Dann bin ich rausgegangen und habe mir schnell den erstbesten Pulli geschnappt. Jetzt nimmst du diese eine Chance, hier in so einem Logbuch mal zu glänzen. Es gibt bestimmt irgendwie eine Tonspur, wo man noch hört, wie du vorhin gesagt hast, komm bitte genau so. Hab ich nicht gesagt, sondern... Komm bitte genau so, ich will der Welt zeigen. Du hast die Chance gehabt, dich hier rauszuputzen und was hast du gemacht? Nichts. Ich bin, ich sehe so aus, wie ich halt aussehe. Das ist halt mein Arbeitspulli, der reißt halt mal auf. Hier ist irgendwie, da ist halt Farbe. Ich habe vorhin gekocht, dann ist hier ein bisschen Curry. So, ich habe mir den Finger geschnitten, deswegen ist irgendwo Blut. Ja, du machst das schon. Wie gesagt, ich wünsche dir noch ein bisschen... Du musst wieder hochkommen. Okay, fertig. Das war es. Das war es. Sehr gut gemacht. Vorrang, Waldo. Gute Performance. Ja. Kann ich mein Pullover jetzt wieder haben? Klar. Wie mache ich jetzt auf Stopp? Hier wieder drauf. Ich habe hier, guck mal hier, guck mal. Ah. Ich glaube, ich doch ... er意識 взять. Das ist die mismorm�데.